Ich weiß, dass Sie Ihren Geburtstag gut verlebt haben. Erlebt haben Sie nichts an diesem Tag. Den wirklichen Geburtstag haben Sie nicht gefeiert. Auf den besinnen Sie sich auch gar nicht. Sie feierten ihn nur so, dem Sie sagten, ich habe Geburtstag. Nein, nur einmal haben Sie Geburtstag. Nicht 20, 30, 40, 50, 60 Mal. Einmal haben Sie Geburtstag. Das heißt, einen Tag, wo Gott Ihnen diesen Körper freigestellt und dass Sie sich auf dieser Erde mit ihm frei bewegen und sich von dem zu überzeugen, was Gott für Sie ist. Es wird nur alle Jahre an Tag und Stunde in Erinnerung gerufen, wo Sie selbst zur Besinnung kommen sollten. Was für Sie dieser Tag die Geburt bedeutet. Das, liebe Freunde, ist das Wichtigste und das haben Sie bisher immer ausgelassen. Ich weiß, die irrischen Geschenke, die stehen in den Vordergrund. Das göttliche Geschenk der Körper, dem hat man kaum, erhe keine Beachtung geschenkt. Da hat man Versuche angestellt. Und das ist das Beschämende von Seiten vieler Menschen. Und ich will jetzt glauben, dass Sie wissen, was für Sie das Hiersein, was für Sie Ihr eigener Körper, das Erdenleben bedeutet. Es ist traurig, dass der Mensch sich selbst so weit in Vergessenheit gebracht hat. Traurig um den bestellt, der nichts von sich weiß und daher erst recht nichts von seinem Nächsten wissen konnte. Also, Freunde, beginnen Sie jetzt an sich selbst zu arbeiten und kommen Sie jetzt zur Selbstbesinnung. Das ist das Richtige. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist das Richtige.